Wie bekommst du die Frau, die sonst keiner bekommt? Du weißt schon, wen ich meine. Die sonst eher unscheinbare, aber sowas von zuckersüße Frau, die so ein natürliches Lächeln hat, dass du alle anderen Barbie-Püppchen oder Instagram-Models direkt, direkt nach links und rechts schieben würdest, um sie zu bekommen. Mein Lieber, diese Frau ist meistens in einer Beziehung und selten an dem Mann interessiert, von dem du dich hältst. Also, wie bekommst du sie? Das klären wir heute im Freundinnenfinden-Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu bekommen, die du wirklich willst, nämlich genau diese natürliche Frau. Und mit dabei unser Experte Dominik van Aave. Genau da ist er, mit dem wir heute dieses Rätsel lüften werden. Die erste Frage ist, wo finden wir solche tollen, natürlichen Frauen? Nun, die meisten Männer sind davon überzeugt, dass du im Online-Dating fast nur Frauen findest, die sich Bestätigung suchen. Das heißt, die einfach nur im Online-Dating sind, um von Männern angeschrieben zu werden, um ihren Marktwert zu testen oder zu sehen, ob sie immer noch begehrt werden und dann auch auf diese Nachrichten nicht antworten und sie einfach nur ignorieren, weil sie das einfach nur, ja, als Energiezufuhr sehen, um sich toll zu fühlen. Diese Menschen gibt es natürlich. Die gibt es sowohl auf weiblicher Seite als auch auf männlicher Seite. Aber deswegen, also zunächst mal, bevor ich zum Aber komme, deswegen ist einer der Gründe, warum wir dir auch nicht empfehlen, im Online-Dating ein großes Glück zu suchen, wenn du es nicht in Person hinkriegst. Das heißt, wenn du in Person schon Schwierigkeiten hast, auf Frauen zuzugehen, wenn du Schwierigkeiten hast, Grenzen aufzuzeigen oder zu flirten, etwa in den Momenten, wo es darauf ankommt, auch eine sexuelle Note mit reinzubringen, eine Prise von Sexualität, sodass sie weiß, oh, wir sind ja doch nicht nur gute Freunde. Er will ja mehr als das und auf eine attraktive Art und Weise, sodass beim ersten, zweiten Date, sodass da auch was passiert, ihr euch küsst und das Ganze auch in einer Beziehung leitet. Und das, mein Lieber, ist eine Fähigkeit, die lernst du nicht online. Die lernst du nicht, wenn du dich hinter dem Bildschirm versteckst. Anders können wir es nicht sagen. So. Zudem ist online diese eine Personengruppe an Frauen, die nur online sind, um Bestätigung zu suchen, natürlich auch vorhanden. Und die werden dich dann auch radikal ignorieren und dann wird dein Selbstbewusstsein noch mehr sinken und noch mehr sinken und noch mehr sinken. Es ist also einfach nur ein Strudel ins Bodenlose und das willst du nicht. Online-Dating kann allerdings eine Ergänzung sein, kann, wenn du weißt, wie du es in Person machst. Und damit kommen wir zum Punkt, wo du diese natürlichen Frauen findest. Die findest du nämlich nicht auf Online-Dating, Es sei denn, sie ist gerade in einer ganz bestimmten Phase ihres Lebens. Und diese Phase ist zwischen den Beziehungen. Und die ist auch sehr, sehr kurz. Weil solche tollen Frauen, von denen du einfach auch weißt, dass sie eine tolle Partnerin wären, die jahrelang mit ihrem Partner zusammen sind, die nie fremdgehen, die an seiner Seite sind. Und meine Güte, warum hat es dann nicht geklappt? Wir wissen es nicht, aber manchmal klappt es nicht zwischen Beziehungen. Und das ist dann der Moment, wo diese Frau nochmal Online-Dating, und das ist der Wortlaut, den ich schon so oft gehört habe von diesen Mädels, ich gebe Tinder nochmal eine Chance. Ich habe Tinder nochmal eine Chance gegeben. Und dann sind sie für einen Monat, zwei Wochen, sechs Wochen wieder online und geben ihm wirklich eine Chance und sagen so, Mann, vielleicht finde ich hier die große Liebe. Und dann schreiben sie mit drei, vier, fünf Männern, wollen sich auch wirklich treffen, weil sie haben dann wirkliches Interesse. Sie mögen ihn dann und sagen, okay, lass uns treffen. Und wenn der Mann dann sagt, okay, lass uns treffen, dann wird daraus auch vielleicht die nächste Beziehung. Und dann löscht sie wieder Tinder. Das habe ich schon super oft erlebt. Sie sind einfach nicht lange auf Tinder, weil sie nutzen es nur mal kurz, um dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Und wenn du dann das Ganze in Person kannst, dann kannst du tatsächlich auch im Online-Dating dieses Zeitfenster abfangen, um so eine tolle Frau zu finden. Denn jederzeit, jederzeit wirst du auch im Online-Dating eine tolle, natürliche Frau finden. Die sind nämlich zu jeder Zeit vorhanden. Es ist nur nicht immer dieselbe da, weil dieselbe ist nur ganz kurz da, falls das Sinn ergibt. Ihr wisst, was ich meine, gell? So, natürlich macht es überhaupt keinen Sinn, das Ganze dann im Online-Dating zu erhoffen und erhoffen und erhoffen, dass du diese natürliche Frau dort findest. Weil, wie gesagt, die musst du in Person kennenlernen. Und wenn du in Person bei diesen Situationen, wo die natürliche Frau, wo die Frau, die sich eben nicht auftakelt, bis zum noch was, wenn du Fotos von ihr siehst, dann hat sie nicht immer dieselbe Gesichtspose, weil sie irgendwie versucht, besonders sexy zu sein. Oder sie hat aufgespritzte Lippen oder gemachte Brüste oder einen Hintern, der auch vom Arzt kommt. Also, solche Sachen, an denen ist sie nicht interessiert. Sie ist auch nicht daran interessiert, wie sie mit mehr Beauty-Produkten ihre mangelnde innere Schönheit verdecken kann. Nein, sie ist durch und durch wunderschön von innen wie von außen. Sie braucht nicht viel Beauty-Produkte. Sie lacht herzhaft auf Bildern. Du siehst sie mal in irgendwelchen urkomischen Posen. Sie ist vielleicht sogar ein bisschen schüchtern. Sie ist selber gar nicht der Mensch, der so auf andere direkt zugeht. Es gibt solche und es gibt solche extrovertierte und introvertierte natürliche Frauen. Aber du weißt genau, das ist eine Frau, bei der du dich wirklich wohlfühlst. Und sie ist vielleicht die Bedienung in deinem Lieblingscafé. Sie ist vielleicht an der Kasse. Du siehst sie im Alltag. Und genau im Alltag, mein Lieber, da kommt es darauf an, dass du dann auch die Fähigkeit hast, auf sie zuzugehen, charmant mit ein paar Worten das Gespräch zu beginnen und dann das Ganze in ein Date führen kannst. Und wenn du da zweifelst, wenn du denkst, sie will mich bestimmt nicht oder wie kann ich denn so eine tolle Frau finden, dann müssen wir erstmal nochmal eine Spur zurückrudern und bei diesem Kern Selbstbewusstsein beginnen. Also dem Gefühl, das du hast, dass dich davor abhält, diesen Schritt zu wagen. Den Schritt auf sie zu, ein Hallo, ein Lächeln, ein Gespräch, vielleicht sogar, dass du etwas über ihre Persönlichkeit herausfindest und nicht nur über die Fakten. Das heißt, wenn du sie an der Kasse zum Beispiel kennenlernst oder sie ist auch im Supermarkt, dann geht es eben nicht darum zu fragen, wo finde ich denn hier das Gemüse oder den Joghurt oder sowas, weil das sind alles nur Informationen, die ihr austauscht. Nein, dass du sehr schnell auf ihre Persönlichkeitsebene gelangst. Das heißt, dass du herausfindest, was zum Beispiel ihr Lieblingsjoghurt ist oder ob sie irgendein Gemüse auf gar keinen Fall leiden kann, irgendein Gemüse überhaupt nicht ausstehen kann. Solche Dinge haben dann in der Persönlichkeitsebene viel mehr Potenzial für eine Verbindung. Daneben solltet ihr natürlich auch flirten können und flirten, mein Lieber, das weißt du, das lernst du nicht einfach nur von einem Tag auf den anderen. Das, mein Lieber, sind Gewohnheiten, die du pflegen darfst. Und bevor wir zum Flirten kommen, bevor wir zur persönlichen Ebene kommen, diesen Schritt zu wagen, auf sie zuzugehen, das, mein Lieber, da ist der Knackpunkt, haben wir nicht recht, da scheitert es. Da wagst du nicht, diese paar Sekunden mutig zu sein, wo es eigentlich darauf ankommt. Dann kommen ja die Ausreden. Genau, dann kommen die Ausreden. Dominik, du hast... Die Ausreden, ja. Ja, bitte, bitte. Die Ausreden von, ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, hätte ich das gewusst, dass ich die heute hier treffe, so eine hübsche Frau, dann hätte ich Kuchen da, ähm, oder was auch immer. Das sind halt so, ähm, also Selbstsabotage-Muster, weil es ist nicht so, als ob du das erste Mal irgendwie vor die Tür gehst, sondern du weißt, dass du potenziell jedes Mal, wenn du vor die Tür gehst, eine weitere tolle Frau treffen könntest, aber du bist nicht vorbereitet. Und da kommt es aber auch manchmal zu einem Punkt, wo du denkst, okay, ich muss jetzt richtig krass vorbereitet sein und was auch immer und dann lernst du irgendwelche Sprüche auswendig und das führt halt auch nicht dazu, dass du sie dann ansprichst. Es führt dann vielleicht sogar zu noch mehr Blockade, weil eine letzte Instanz in deinem Kopf sagt, ja, aber du hast diesen Spruch, den du jetzt gerade bringen möchtest, den hast du gerade bei Men's Health gelesen und wie, wie gut funktioniert das wohl, wenn es in so einer Zeitschrift steht? Bestimmt nicht so. Also in so einer Online-Zeitschrift vor allem. Ähm, oder in irgendeinem Reddit-Forum oder so. Wie gut kann das funktionieren? Ja, eben nicht, weil das bist halt nicht du und das ist halt auch nicht situativ. Und situativ bedeutet nicht, ganz wichtig, dass wir einfach darüber sprechen, wie du es gerade gesagt hast, Andi, Entschuldigung, wo geht es denn hier zur Post oder so, wenn du in deiner Stadt bist? Ähm, weil du willst gerade angeblich zur Post und dann hast du schon mal das Gespräch mit ihr eröffnet und dann kannst du halt sie dann hinterrücks überraschen damit, dass du ja doch irgendwie an ihr interessiert bist. Das ist halt nicht ehrlich und, ähm, das wird halt auch ganz, ganz selten zum Erfolg führen, weil Menschen spüren, wenn du eine versteckte Agenda hast. Ähm, und dazu zählen auch die Sprüche, die du hier auf unserem Kanal findest, oder? Die du, äh, irgendwann mal aufgeschnappt hast, wie vorhin die Sache mit dem Joghurt oder dem Gemüse. So, ich kann mich erinnern an Makako, als er 2000 zu uns ins Coaching kam, hat er ja ebenfalls ganz viele Sachen notiert, die wir in den Videos gesagt haben, hat das alles ausprobiert und hat gesagt, Mann, warum klappt das immer noch nicht? Und, äh, und das ist nämlich genau die, die Quelle der, ähm, der Problematik, die du gerade angesprochen hast. Es, es kommt nicht authentisch aus dir heraus, du hast etwas probiert, was du, womit du dich überhaupt nicht wohlfühlst. Und, ähm, klar kann das mal auch einen positiven Effekt haben, aber wir müssen, langfristig müssen wir einfach an der Quelle ansetzen, nämlich, dass du dich wirklich auch in deiner eigenen Haut wohlfühlst, wenn du mit der Frau redest. Und wenn du dich wohlfühlst in deiner eigenen Haut, dann braucht es keine besonders charmanten Sprüche. Dann reicht tatsächlich auch einfach ein Hallo, ein Lächeln und dass du dem ganzen erstmal Raum gibst. und vielleicht nichts sagst, bis sie antwortet. Weil dann sind beide im Boot. Ganz genau. Wenn du diesen luftleeren Raum aushalten kannst, wo keiner ein Wort sagt und du sagst, hi, du wartest und dann sagt sie hi zurück, dann hat sie deine Einladung zu einem Gespräch angenommen. Wenn du sagst, hi, ähm, wo geht's denn hier oder was findest du, bla 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 bla, fühlt sie sich überrumpelt, denkt sich, was will der von mir, der will so viele Sachen auf einmal und dann gehen ihre Alarmglocken an. Wenn du einfach nur eine Einladung verteilst, hi, und das stehen lässt, mein Lieber, dann reden wir von Vakuum, diesem luftleeren Raum, wo Anziehung entsteht, wortwörtlich. Und genau davon sprechen wir, dass Anziehung zwischen dir und dieser Frau entsteht. Ganz genau. Das ist, das ist ja auch das, wovon Frauen dann sprechen, wenn sie, wenn sie irgendwie dann ihren Freundinnen erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Er hat mich einfach so angesprochen. Das war ein ganz, ganz normales Gespräch, aber irgendwie, er hatte sowas. Er hatte was. Und was ist dieses Etwas? Es ist dieses, das Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Selbstbewusstsein bedeutet, auch diese Nervosität zu haben und trotz der Nervosität zu handeln. Trotzdem dahin zu gehen und nicht zu wissen, was du sagst. Nicht der, der, der super vorbereitete, perfekte Typ zu sein, der einfach ganz genau weiß, was zu tun ist, weil das ist nicht menschlich, sondern so genau, genau wie, wie Andi es gerade gemacht hat, mit, mit Hallo und dann Vakuum aushalten und hab dich gerade gesehen. Wer bist du? Das sind die, die Momente, wo, wo sie dann plötzlich auch dann das Gefühl hat, gesehen zu werden von dir. Und diese, ähm, und das, 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 das füttert so genau in diese, in die, in die Vorstellung, die Frauen auch gerne haben und dann auch gerne ihren Freundinnen erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt und, ähm, das hat, ähm, da zitiere ich dann auch gerne so, ähm, Hitch der Date-Doktor, ne, ähm, Will Smith, damals, keine Ahnung, wie alt ist der Film, 15 Jahre bestimmt schon. Oh, bestimmt länger. Bestimmt auch länger. Wo es, wo es heißt, innerhalb der ersten 20 Minuten, die ersten 20 Minuten sind übrigens gut, der Rest ist Hollywood-Quatsch, so funktioniert es nicht. Aber die ersten 20 Minuten ist gut, wo er so im Off spricht und hier und da so ein bisschen, so ein bisschen coacht, ähm, und da sagt er etwas, ähm, keine Frau wacht morgens auf und denkt sich, hoffentlich werde ich heute nicht im Sturm erobert. und das ist genau dann dieser, genau dieser Gedanke. Also, das im Sturm erobert werden, ist halt dann genau der Mann, der, der quasi dahergeritt kommt, auf dem weißen Hengst und so weiter und sie von, von den, von den Socken, Sprichwörter, von den Socken zieht, Haut, keine Ahnung, irgendwas. Ja, von den Socken haut, ja. Hauen, hauen, ähm, hauen ist in diesem Kontext tatsächlich sogar was Gutes, ja. Von den Socken hauen, ja. Ja. Das glaube ich auch aus Hitsch, ähm, wenn du, wie hieß es, ähm, wenn du nicht in der Schule warst, Schlagen ist was Gutes, oder so, in einem gewissen Kontext. Ähm, und die, ähm, also das ist halt genau diese Vorstellung, die Frauen haben. Und das machst du halt dann, indem du dann im Moment bist, selbstbewusst bist, authentisch bist. Und wie gesagt, selbstbewusst sein heißt nicht, dass du der krasseste Typ bist, der keine Angst hat, der keine Nervosität spürt, sondern selbstbewusst bedeutet, oh, da ist eine Frau, die lässt gerade mein, mein Herz ein bisschen schneller schlagen, jetzt wo ich sie sehe. Ich gehe mal gerade ein bisschen weiter, einen Gang weiter, und hole mal mein, mein, mein Geschirrspürmittel, und ich kriege sie aber irgendwie nicht ganz aus dem Kopf. Ich schaue mal, ob sie noch da ist am Marmeladenregal, und dann gehe ich da mal hin, und, 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 und sprich sie an. Und dann sage ich, ich habe dich gerade gesehen, und, ähm, du bist wahnsinnig hinreißend. Wer bist du? Und das ist halt dann eben genau dann, der eine oder andere wird sich jetzt auch genau das aufgeschrieben haben, aber, es ist völlig egal, was du aufschreibst, du kannst auch da hingehen und sagen, Banane. Es ist völlig egal, weil es darauf ankommt, wer du bist in diesem Moment. Also, das heißt so, ob du mit dir selber in Ordnung bist, dass du sagst so, ich tue gerade was, was mein Herz mir sagt, oder, ich versuche gerade wieder irgendwie alles weg zu rationalisieren, und sage, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür, weil wir sind gerade im Supermarkt, und da sind ja so viele Leute um uns herum, und sie möchte bestimmt auch gar nicht angesprochen werden, und sowieso nicht von mir, und sie hat ja eh einen Freund. Und all diese, diese Ausreden, warum es jetzt gerade nicht passt, und das kennst du alles. Und wie oft bist du dann am Ende nach Hause gegangen, und hast dir gesagt so, eigentlich habe ich mich hier gerade selbst belogen. Und diese Lüge, die findet so viele Facetten, kann richtig krankhafte, traurige Facetten annehmen, wenn du zu viel Zeit verstreichen lässt, ohne zu handeln, und zwar das Richtige zu tun. Weil du kannst auch handeln, und während dem Handeln nicht dran glauben, und dadurch machst du halt nicht das Richtige. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will einfach mal 100 Frauen ansprechen, und ich will den Beweis dafür bekommen, ich will, ich will, dass ich später sagen kann, ich habe es wenigstens probiert, und ich will den Beweis dafür bekommen, dass ich nicht gut genug bin. Und dann sprichst du 100 Frauen an, und alle drehen sich einfach rum, weil du es nicht richtig machst, weil du keine Ahnung hast, wie man es richtig macht. So, sie bist vielleicht nicht laut genug, sie hören dich nicht, sie sehen dich nicht, du bist nicht charmant genug, du hältst nicht dieses Vakuum, von dem ich gerade gesprochen habe. Das sind so ganz viele Basics, die wir ganz einfach auch erkennen können, bei uns in der Charisma-Analyse schon, im ersten Gespräch. Und diese Anfängerfehler sorgen dann einfach dafür, dass du ein garantiertes schlechtes Ergebnis hast, und dann davon dein Weltbild noch weiter negativ aufbaust, und meine Güte, die Männer, die dann im Internet nach Ratgebern suchen, die suchen dann irgendwann nicht mehr nach Ratgebern, sie suchen nur noch nach Bestätigung dafür, dass die anderen böse sind, dass es sowieso nichts bringt, und dass, ja, wie gesagt, am Anfang das Sprichwort, dass du im Online-Dating sowieso nur Mädels findest, die ihren Markt halt abchecken, und mit denen du dich nicht treffen kannst. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Stimmt einfach nicht. Aber dein Radar ist wahrscheinlich schon so sehr darauf ausgerichtet, die negativen Beweise zu finden an deinem Leben und an den Möglichkeiten mit Frauen, dass du nicht mehr offen bist für das Richtige. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier im Freundin-Finden-Podcast bist, weil wir versuchen dir nämlich wirklich zu helfen mit dem, was richtig ist, worauf es wirklich ankommt. Und das ist eben nicht, dass du einen auf dicke Hose machst oder besonders dominant bist oder dass du Frauen aussuchst, die, ja, die du einfach nicht willst, weil sie nicht dein Typ sind. Es ist total in Ordnung und es ist sogar richtig, richtig toll, dass du Werte hast und dass du Frauen suchst, die diese Werte auch verkörpern. Aber genau dann dürfen wir auch gucken, ob diese Frauen diese Werte verkörpern. Und das machst du meistens nicht, oder? Wenn du mit Frauen redest, dann denkst du direkt, boah, sie interessiert sich für mich, jetzt darf ich nichts verbocken, also bin ich extra lieb und mache keine Fehler. Und genau dann machst du diesen Fehler, weil du nicht authentisch bist, weil du nicht guckst, ob sie zu dir passt. Du gehst schon davon aus, sie muss zu mir passen, weil sie will mich, sie zeigt Interesse, das ist meine einzige Chance, also verbock sie nicht. Aber was wäre, wenn du das Ganze mal umdrehst und du sagst, weißt du was, passt sie denn überhaupt zu mir? Ich bin jetzt mal der Wähler und gucke, ob sie genauso, wie es mir wichtig ist, auch ehrlich ist, loyal ist, ob sie hilfsbereit ist, ob sie liebenswert ist, ob sie einem Freund oder einer Freundin, die in der Patsche sitzt, aushilft oder ob sie egoistisch ist, ob sie rachsüchtig ist, all diese Dinge, die kannst du in Gesprächen herausfinden, wenn du ganz klar danach filterst. Und diese Filterfragen, die bringen wir bei, bei uns im Coaching und der Seduction Mastery. Das sind nicht nur Fragen, das ist ein ganzes Kompendium an Gesprächsleitfaden, wie du diese Gespräche führst. Aber wie gesagt, ich greife gerade schon ein bisschen vor, weil bevor du an dem Punkt bist, dass du diese Gespräche anguckst und wie du diese Gespräche noch mehr optimierst, musst du erst mal die Gespräche beginnen. Und wenn du die Gespräche beginnst, dann eben auch so furchtlos sein, nicht komplett furchtlos, keiner von uns ist komplett furchtlos, aber in dem Maße, also ein klein wenig, ein klein wenig furchtlos sein, dass du auch mal aneckst, dass du ihr auch mal zeigst, dass du nicht die Katze im Sack kaufst, dass du nicht einfach alles akzeptierst, was sie sagt, also für Gold befindest, bewertest, sondern anneckst, flirtest, dem Ganzen auch eine Prise sexuelle Spannung rein, beimischst und sie auch dieses Spiel, das sie seit sie kleines immer schon kannte, wenn es um den einen Jungen ging, den sie mochte. Dann ist es dieses Spiel von, sie hält die Blume in der Hand und reißt eine, wie heißt die Petal, ein Blumenblatt, nennt man das so Blumenblatt? Blütenblatt? Ein Blütenblatt nach dem anderen reißt sie raus und sagt, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Dieses Spiel, diese Leichtigkeit, die dürfen wir im Flirt ebenfalls verkörpern. Es ist kein... Das ist ja genau flirten. Ja. Dieses, ich weiß nicht, ob er mich mag, ob er mich nicht mag. Genau dieses Spiel von, okay, da ist gerade Anziehung, aber meint er das so, wie ich glaube, dass er das meint? Diese Unsicherheit, genau das ist ja das Mysteriöse und das Verführerische daran. Und das kommt ja auch erst und dann zustande, wenn du jemand bist, der nicht einfach bettelt, also um auf den Punkt da nochmal drauf einzugehen, also warum sage ich betteln? Weil es halt diesen alten Spruch gibt von Beggars can't choose and choosers don't have to beg. Also Bettler können nicht auswählen und Wähler, wie du es auch gerade gesagt hast, Andi, Wähler müssen nicht betteln. Und das ist eben genau das Ding. Wir wollen jemanden haben, der uns aus freien Stücken auswählt. Du willst ja auch, dass die Frau dich aus freien Stücken auswählt und nicht, weil sie dich braucht, weil sie sonst so, sonst vielleicht niemanden findet. Das ist vielleicht dein Gedanke auch erstmal, dass es so ist, dass die Frau irgendwie gerade auch immer der Wähler ist und du halt das nehmen musst, was überbleibt, weil du so sehr in deinem Kopf bist und so sehr das Gefühl von Einsamkeit vielleicht sogar oder von ich bekomme die Frau nicht in mein Leben, die ich haben möchte, weil du dieses Gefühl und diesen Gedanken so groß machst, so viel Wert gibst, dass wenn es dann zu einer Instanz kommt, zu einer Situation kommt, wo du dann auf so eine Frau zugehen könntest, dann ist das natürlich so jetzt all in, so die oder keine oder jetzt muss es halt wirklich klappen, weil daran mache ich jetzt fest, ob mein Selbstwert genug ist, ob ich gut genug bin und dann liegt halt so viel auf dem Spielfeld, dass du halt die Blockade halt noch größer machst und dann auf gar keine Frau mit zugehst, weil solange du nicht spielst, kannst du auch nicht verlieren. Es ist so frustrierend, ich kenne das selber von mir damals auch noch so, dass, okay, jetzt muss es halt klappen, jetzt muss ich mich mal überwinden und dann tust du es halt wieder nicht und dann, also du gehst halt schon mit einer Frustration von so 10% raus, du bist schon so 10% frustriert über dich selber und über dein Liebesleben, deinen Erfolg bei Frauen und dann siehst du da eine Frau und hast diesen Stress, diese 10% Frustration, 10% Stress, die hast du dann schon. Und dann entscheidest du dich halt doch wieder dagegen, weil du halt nicht vorbereitet bist und weil du ganz viele Ausreden wieder hast. So, ah, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, hier sind so viele Leute um mich herum, im Supermarkt sowieso nicht, um Gottes Willen, was sollen denn die Leute über mich denken und so weiter, ganz viele Ausreden. Und dann hast du es halt wieder nicht gemacht und dann geht halt wieder Zeit ins Land und vor allem gehst du nach Hause mit einem Gefühl von, ich habe es schon wieder nicht getan. Also du bereust es schon wieder und dann hast du nicht nur 10% Frustration, 10% Stress, sondern 20% Frustration. Das nächste Mal gehst du raus und dann gehst du mit 20% Frustration raus und sagst dir, okay, jetzt muss es wirklich klappen. Die Frustration ist ja gar nicht mehr, gar nicht mehr richtig auszuhalten. Und dann machst du es halt wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Und ehe du dich versiehst, bist du bei 120% Frustration. Und ab dem Zeitpunkt willst du eigentlich nur noch, wie Anis auch vorhin schon gesagt hat, ab dem Zeitpunkt willst du eigentlich nur noch Beweise dafür finden, dass es bei dir ja sowieso nicht klappt. Dass Frauen ja so und so sind, weil dann machst du dir deine Welt ein bisschen angenehmer. Dann ist es angenehmer für dich, weil du ja sowieso weißt, okay, die sind daran schuld, ich kann sowieso nichts machen, ich armes Opfer. Und soweit wollen wir es gar nicht kommen lassen. Und ich möchte das gerade so unterstreichen, weil in den letzten 12, 13 Jahren, in denen wir das machen, gab es einige Männer, bei denen war einfach Hopfen und Malz verloren. Das möchte ich einfach mal so ganz unterstreichen. Die sind schon mit einem gewissen Frauenhass und damit auch Selbsthass zu uns gekommen. Und denen konnten wir einfach nicht helfen, weil sie halt, sie waren nicht mehr offen dafür, die Schmerzen, die sie ertragen haben, in einem anderen Licht zu sehen. und damit halt so einfach nicht mehr weitergehen konnten. Dass du jetzt den Podcast hier hörst, ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass du noch nicht an dieser Stelle bist. Gerade auch, wenn du halt mehrere Folgen gehört hast und wenn du jetzt schon länger, wir sind jetzt gerade bei Minute irgendwas 20, 20 irgendwas, bist du und dann immer noch hörst, dann bist du sehr wahrscheinlich nicht in diesem Bereich, dass die Frustration bei 120 Prozent ist und du Frauen und der Gesellschaft und wem auch immer die Schuld dafür gibst, sondern du generell offen dafür bist und eigentlich zeigen möchtest und eigentlich weißt, dass da irgendwas in dir ist, was gut ist, was ein Geschenk für Frauen ist. Und das ist gut. Und weil das ist halt auch so. Weil wir sind alle ein Geschenk. Frauen sind genauso großes Geschenk für dich, wie du ein Geschenk für die Frauenwelt bist. Das ist ganz wichtig. Das ist erstmal so das Aktion Nummer eins im Flirten. Also wenn Flirten Mathe wäre, dann ist das Nummer eins, denke ich. Und diese Frustration, die überkommst du halt mit mehr Offenheit, mit mehr Offenheit im Sinne von, also das ist auch wieder Selbstbewusstsein, mit mehr Offenheit im Sinne von, ich habe diese Erfahrung gemacht, aber diese Erfahrung sagt nichts darüber aus, was ich für ein Mensch bin oder irgendwie, ob ich wertvoll bin oder ob ich attraktiv bin oder nicht. Sondern das war einfach, vielleicht war ich nicht richtig vorbereitet oder wusste nicht, was ich richtig tun sollte oder ich wusste nicht, was Flirten überhaupt ist. Ich wusste nicht, was Leichtigkeit ist, sondern habe genau das Gegenteil gemacht. Anstatt von Leichtigkeit habe ich Dinge einfach extrem wichtig genommen. Und wenn wir Dingen eine Wichtigkeit geben, dann sind uns die Dinge wichtig. Und weil uns die Dinge wichtig sind, lassen wir sie nicht los. Und deswegen knüpfen wir daran komplett unsere fast gesamte, vielleicht sogar gesamte Aufmerksamkeit. Und wenn diese eine Sache halt schief geht, ja dann ist halt die Katze am Dampfen, ist das ein Wort? Keine Ahnung. Ab jetzt ist es ein Wort. Die Kacke am Dampfen. Phonetisch ähnlich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Früher war ich der Einzige, der diese Sprichwörter nicht hinbekommen hat. Aber ich habe irgendwie dich angesteckt. Das habe ich irgendwie übertragen. Wahrscheinlich. Verdammt, wir machen zu viel Podcast, glaube ich. Genau. Also wir nehmen halt dann die Sache zu ernst und dann ist, wie gesagt, die Katze am Dampfen. Und daran knüpfen wir unseren kompletten Selbstwert. Und wenn diese Sache halt dann den Bach runtergeht, aha, Sprichwort richtig, den Bach runtergeht, dann brauchen wir sowieso nicht mehr versuchen und dann haben wir den Beweis dafür, dass wir, dass Frauenerfolg sowieso nicht für uns ist. Dabei, mit all dem, was ich gerade beschrieben habe, denkt sich die Frau wahrscheinlich genau das Gleiche und fragt sich die ganze Zeit, wann du endlich, oder wann, wann du endlich mal sie ansprichst, wann du endlich mal den Schritt machst oder wann endlich mal ein Mann wie du den ersten Schritt macht. Genau. Ja, deswegen dieses Sprichwort, deswegen höre ich das immer wieder von diesen Frauen, ich habe Tinder noch mal eine Chance gegeben. Warum sagt sie das so? Warum formuliert sie das so? Ja, weil, wenn sie online geht, dann findet sie dort auch einfach 99 Prozent Männer, mit denen sie nicht zusammen sein möchte, wo sie denken, was ist denn hier los? Irgendwelche Gigolos oder Typen, die halt denken, sie sind die größten Macker oder halt Männer, die nur Hi schreiben und dann nichts mehr und dann erwarten, dass die Frau zurückschreibt Hi und dann kommt, wie geht's? Und das ist halt, da ist überhaupt kein emotionaler Wert, da wird nichts zu beigetragen, dass daraus irgendein interessanter Austausch stattfindet, sondern das sind halt so krass schüchterne Menschen, die die gesamte Verantwortung auf die Frau legen und sagen, ja, bitte mach mit, ich habe nichts zu bieten, also bitte mach du die Arbeit und bring uns beide zusammen, weil aus mir kriegst du nicht mehr raus, aus Hi, wie geht's? Mir geht's gut und was machst du am Tag und wie war's auf der Arbeit? Was machst du eigentlich und was suchst du hier auf Tinder? Und diese ganzen langweiligen Bullshit-Fragen, die sie schon Millionen Mal gehört hat und deswegen denkt sie sich, okay, was such ich hier? Es ist genau dasselbe, wenn ich in den Club gehe und der Typ dann sagt, na, kann ich dir einen Drink ausgeben? Es ist genau dasselbe, es ist exakt dasselbe. Also, wo findet sie einen Mann, der aus der Menge heraussticht, eben weil er nicht diese ganzen Imponierungs, Imponierens, ja, es ist wie ein Pfau mit seinen Federn diese ganzen, ja, Imponierungsstrategien anwendet, sondern sich so wohl in seiner Haut fühlt, dass er sich auch zeigen kann und zeigen bedeutet eben auch mehr zu sagen als nur, ja, online als nur, hallo, wie geht's? Es bedeutet, dass deine Persönlichkeit aus dir raus scheint, egal welche Persönlichkeit das ist, wenn du künstlerisch interessiert bist, dann, hey, warum nicht einfach mal fragen? Magst du Andy Warhol? Warum nicht? Warum darf das nicht einfach die erste Frage sein? Das ist deutlich interessanter als High und sie trennt direkt die Spreu vom Weizen, weil dann hast du direkt die Frau, die zum Beispiel auch auf Kunst steht. Bingo! Das ist doch das Ziel des Ganzen. Aber gut, das geht nochmal ein bisschen mehr ins Detail. diese emotionalen... Ja, bitte. Ich hab mal reingerätschen mit den V-Faun, weil da wird jetzt bei vielen durch den Kopf gehen, ja, aber im Tierkönigreich ist es halt so, dass der Mann halt den Balztanz macht und der Pavian-Arsch ist aus gutem Grund halt so farbenfroh und so weiter. Du bist kein V, du bist kein Pavian, du bist ein Mensch und das ist, das sind einfach, das sind nochmal andere Spielregeln. Das, was der Pfau macht mit seinen Federn, ist halt so, wer am meisten Augen auf den hinteren Federn hat, ist dann der krasseste V, der Alpha-Pfau oder was auch immer. Und das ist halt der Status, weil ein V hat halt nicht so viel zu bieten wie eine Persönlichkeit. Er zeigt halt dadurch, dass er dadurch entsprechend eventuell bessere Nachkommen zeugen kann oder sich besser um die Nachkommen kümmern kann oder was auch immer. Aber das sind Vögel und vor allem alles andere sind halt dann auch Primaten oder hier und da, das sind Tiere, die sind halt ein bisschen anders gestrickt als wir. Wir sind soziale, hochkomplexe soziale Wesen. Das heißt, in einem Bereich bist du dann vielleicht der Alpha-Pfau oder was auch immer, in einem anderen Bereich, also du bist vielleicht dann der krasseste Macker im Fitnessstudio, aber dann bist du umgeben in einem Bereich, wo es darum geht, wie man Software programmiert, wo du gerade irgendwie lernen möchtest und dann bist du ein absoluter Loser, weil du ein absoluter Neuling bist. Und das ist völlig okay, ein Loser zu sein, wenn du lernen möchtest. Also das ist, wir dürfen nicht vergessen, dass wir halt hochkomplexe Wesen sind und der Alpha-Programmierer, um einfach mal in dieser Sprache zu bleiben, wird halt in dem Kontext dann entsprechend auch eine gewisse Form von Attraktivität haben, wie du dann in einem anderen Bereich von Attraktivität haben möchtest. Also diese, dieses, die Logik dahinter, so dass wir, ja, dass wir irgendwie was beweisen müssen, dass wir was zeigen müssen und so weiter, die ist halt sehr flach, weil wir halt hochkomplexe soziale Wesen sind und das in verschiedensten Bereichen, in verschiedensten Freudeskreisen alleine schon extrem schwanken kann. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir die Persönlichkeit sind, die wir sind, dass wir an uns selbst arbeiten, damit wir nicht in alle diese Fallen tappen und dann denken so, okay, wenn ich jetzt umgeben bin mit all den Programmierern oder so, dann, da habe ich nichts zu sagen und deswegen sind die jetzt alle doof und wenn ich dann, nur weil ich der, jetzt der, der größte, stärkste, was auch immer im Raum bin, nur dann bin ich jemand und nur dann kann ich in diesem Raum bleiben und in allen anderen Räumen gehe ich gar nicht rein und alle anderen Räume sind doof. Das ist halt so, genau das, das Denken halt von einem, von einem Pfau, von einem, wenn wir halt extrem einfache soziale Strukturen hätten, haben wir aber nicht. Und deswegen wichtig, 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 dass wir an unserer Persönlichkeit arbeiten, damit wir nicht in all diese Statusfallen treten und irgendwen beeindrucken wollen müssen, weil dann spielen wir nach dem Regeln, nach den Regeln wie ein Pfau-Spiel. Du bist kein Pfau. Ja, der Pfau hat noch, hat noch eine, ja, ein, ein sozialen, er macht einen sozialen Fehler, den, der Pfau, in seinem, seinem Pfauen-Universum ist es nicht so schlimm, aber als Mensch ist das eindeutig ein, ein, ein großer Fehler, nämlich, er möchte, mit dem Gehabe, setzt er halt alle seine Karten auf ein, auf ein, also aufs Spiel und zeigt hier, das ist, das ist, das ist, wer ich bin, ich bin ein richtig krasser Typ und, und dadurch zieht er dann eben auch im echten Leben, also unter Menschen zieht er dann halt auch diese, also die, die Frau, die nur auf Muskeln steht, wird dann eben auch von ihm angezogen und bestätigt dann eben auch genau diese, ja, dass Frauen halt nur auf Muckis stehen oder auf große Typen oder so was oder nur auf Geld oder so. Und es gibt halt immer jemanden, der halt immer stärker ist oder es gibt immer jemanden, der reicher ist und so weiter. Also dieses Spiel, das kannst du halt nicht gewinnen. So daher ist es halt so wichtig, dass wir davon aussteigen. Ja, genau, genau. Und das ist es halt, es gibt genug Aussteiger auch unter Frauen, die keinen Bock haben auf diese, diese, diese Extremformen der Gesellschaft, richtig aufgespritzte Lippen, dicke, dicke Oberweite, zwei Kilo Make-up auf dem Gesicht, der Typ, drei Meter zehn groß, Oberarme wie, wie ein, wie ein LKW-Reifen. Also das ist nicht die Norm. Das ist einfach nicht die Norm, wenn du aus dem Haus gehst und dich umschaust und dort eine schöne, natürliche Frau siehst, die, die vielleicht auch ein bisschen mehr Speck auf den, auf den Rippen hat. Oder gerade, gerade irgendwie einen Pickel, an der Stirn hat. Oder sich eben gerade nicht traut, super charismatisch auf dem Foto zu lächeln, aber halt in Person sowas von süß ist. Es gibt so, so, so viel mehr normale Menschen, wie du und ich, die einen gesunden Wertekompass haben, mit denen es sich einfach lohnt, befreundet oder in einer Beziehung zu sein, die die meisten Kerle erstmal ignorieren, weil sie denken, na, 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 ich achte auf das, was alle anderen wollen, das Topmodel. Das ist, ja, offensichtlich muss ich doch auf das Topmodel stehen oder etwa nicht. Aber da haben echt die westlichen Medien uns total verkorkst, total verkorkst. In Südamerika ist es ganz anders. Da siehst du Hinz und Kunz voller Selbstbewusstsein auf der Straße rumlaufen und wenn einer irgendwie, einer der Frauen ein Kompliment gibt und sagt, oh, wappa, also hübsche, dann dreht sie um und flirtet mit ihm und es ist so viel organischer, weil sie einfach nicht diesen von ganzen Medien auferlegten Perfektionismus in sich, die tragen den einfach nicht in sich. Sie sind einfach mehr okay mit dem Körper, in dem sie geboren wurden und zeigen den auch voller Stolz und am Strand auch, völlig egal, ob man ein bisschen dicker ist oder nicht, ist okay, der Mann ist kurz, ist klein, passt, gar kein Problem, da finden sich die ganze Zeit Pärchen, nonstop und auch bei uns im Coaching sehen wir das immer wieder, wie sich Pärchen finden, wie Männer dann auf die Frau zugehen von der sie monatelang gedacht haben, niemals könnte ich auf so einen Kaliber Frau zugehen und sie tun das dann aber, weil sie in den letzten Monaten bei uns im Coaching einfach gelernt haben, es gibt keine krasse Überfrau, es sind einfach Menschen und ich rede gerne mit Menschen, ich habe gelernt, wie es ist, mit Menschen zu reden, es hat angefangen, mir Spaß zu machen, weil ich positive Reaktionen bekommen habe, Stück für Stück, das ist ja ein Prozess, das ist nicht einfach von einem Tag auf den anderen passiert und aufgrund dieser schönen Reaktion und diesen Prozesses, dem ich vertraut habe, irgendwann gibt es da nicht mehr so einen riesen Unterschied zwischen der bildhübschen Frau und dem alten Mann, der auf der Parkbank sitzt. Es ist ungefähr dasselbe einfach, weil es sind beides Menschen, die eine Verbindung jetzt gerade vielleicht möchten und das wissen wir nicht, ob der Mensch gerade sich genervt fühlen würde von unserer Existenz oder weil wir mit ihnen reden, das wissen wir einfach nicht, das ist Gedankenlesen und jetzt drehen wir uns wieder im Kreis, falls du sagst, ja, aber ich habe sie angesprochen und ich hatte eine negative Erfahrung bekommen, sie hat mir einen Korb gegeben oder sie hat mich ignoriert. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Schön, das ist mir auch passiert, Millionen Mal und ich übertreibe nicht, okay, ich übertreibe, Millionen ist übertreibend, aber tausend Mal, das ist keine Übertreibung, tausend Mal mehr als dir ist mir das schon passiert. Garantiert, 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 über 10.000 Menschen angesprochen oder über 10.000 Frauen angesprochen, Menschen noch viel mehr. Also die Menge an negativen Erfahrungen wird nur dann negativ, wenn du sie als negativ betrachtest, wenn du sie nicht als witzig oder lehrreich betrachtest und das kannst du, jede Situation kannst du als witzig oder lehrreich betrachten, kannst du auch jede Situation witzig oder lehrreich gestalten und du musst nicht 10.000 Frauen ansprechen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe halt auch einen Job, den ich halt über 10 Jahre verfolge und das ist hier Dating Coach, Flirtexperte, das kommt halt nicht von ungefähr, ich habe das Ganze nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, aber die Männer bei uns im Coaching, die machen das nicht. Jahrelang gehen sie auf die Straße und reden Quatsch und Frauen an. Das ist überhaupt nicht das Ziel des Ganzen. Das Ziel des Ganzen ist, sich endlich in deiner Haut wohlzufühlen, auch in sozialen Kontexten mutig sein zu können, selbstbewusst zu sein, diese Zweifel und Ängste kontrollieren zu können, also dort einfach mal ein Gefühl zu haben von, weißt du was, dieser Zweifel, den habe ich schon mal gehabt, der ist nicht so schlimm, ich weiß, wie ich das überkomme und dann überwindest du diesen Zweifel und traust dich auch etwas und Stück für Stück wirst du einfach zu dem Mann, den du gerne vor dir sehen würdest, wenn du in die Zeitmaschine gehen würdest und sagen würdest, plus zehn Jahre in der Zukunft, wie sehe ich da aus? Und diese Idealversion von dir, zu der wirst du dann und mit dieser Idealversion läuft es einfach tendenziell tausendmal besser als mit dieser ängstlichen Fassade, die wir jetzt vor uns drum tragen und dann, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn dich eine Frau nicht will, weil vielleicht willst du sie ja auch nicht. Wir müssen uns doch nicht immer wollen oder nicht wollen. Manchmal gehen wir auch nur einen Schritt nacheinander und sagen, weißt du, was ich jetzt gerade will? Ich will jetzt gerade einfach nur Freude verspüren und ich weiß durch meine Erfahrungen, dass ich Freude verspüre, wenn ich Freude verteile. Also komme ich in die Gebermentalität und gebe Menschen ein Kompliment und dann sehe ich, wie andere sich freuen und freue mich dadurch selber und mit dieser Freude in mir, die aus mir rausstrahlt, sage ich dann einer Frau Hallo, die auf einmal positiv reagieren wird und dann gehe ich weiter und ich freue mich umso mehr, weil ich Unabhängigkeit bewiesen habe, weil ich nicht direkt dann hinterher gerannt bin, oh wow, sie hat mir ein Zeichen von Zudenkung gezeigt, wie kriege ich sie jetzt? heißt, no, ich bin weitergelaufen, weil ich gemerkt habe, Mann, ich bin so ein gebender, unabhängiger Mensch, ich habe Chancen, ich habe Möglichkeiten, aber ich spring da nicht drauf wie ein Geier und dann ist da wieder irgendwann eine Frau und dann sage ich jedenfalls, hey, guten Morgen, dann sagt sie, hey, guten Morgen und wie der Zufall so will, stehen wir dann für eine Weile nebeneinander, weil wir auf irgendwas warten zum Beispiel und dann geht das Gespräch auf die persönliche Ebene, dann filterst du nach deinen Werten, dann findest du heraus, dass sie auch auf Kunst steht, dann tausch die Nummern aus, dann trefft ihr euch auf ein Date, dann küsst du sie und so weiter und so fort. Verstehst du? Es ist kein, wie kriege ich diese Frau? Es ist kein, ich muss sie wie ein Zielobjekt erobern. Es ist ein viel pluralistischer Ansatz von Liebe, Freude, Unabhängigkeit in Fülle, die überall um dich herum existieren darf und dann entlang dieser Reise ergeben sich unzählige Möglichkeiten. Also es ist wie, als ob du durch ein Blumenbeet läufst und überall wunderschöne Blumen siehst und du musst nicht jede einzelne, oh, ich muss sie alle rausreißen, ich brauche jede einzelne Blume, dann sieht das Blumenbeet irgendwann hässlich aus. Wie so ein Pokémon. Nee, sondern du, muss sie alle haben. Sie muss sie alle haben, ja. Hey, du läufst da durch, entspannst, genießt die wunderschöne Aussicht und wenn dir eine gefällt, dann sagst du, hi, und dann kannst du auch mal eine Blume pflücken. Und das ist doch so viel angenehmer und schöner als dieses, diese Zweifel und dieses Hinterherhechten und Ergebnisse brauchen und brauchen, brauchen, wollen, müssen, benötigen. So kommt die Bedürftigkeit. Ich brauche Bedarf. Das ist Bedürftigkeit. Und deswegen bist du dann auch nicht attraktiv für diese Frauen. Es ist völlig egal, was du dann sagst. Weil deine ganze Ausstrahlung zeigt, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann zweifle ich wieder an mir. Und das ist einfach nicht attraktiv. Und darum sprechen wir immer wieder von Gewohnheiten. Gewohnheiten machen den Mann. Es ist kein magischer Hebel. Es ist kein Spruch. Es ist keine Körpergröße, kein Status, kein Geld. Es ist die Gewohnheit, die dich zu diesem Mann macht, der sich so wohl in seiner Haut fühlt, dass er diese Freude auch anderen geben kann. Und dann merken andere, wow, wer ist dieser Typ? Ich will mehr von dem erfahren. Ich will mehr in seiner Nähe sein. Er ist so unabhängig, so witzig, so charmant. Der hat, ihn bekümmert es nicht, ob ich jetzt Nein sage oder ob ich, ja, ob ich schon vergeben bin. Das ist vollkommen okay für ihn, weil er nicht mir hinterher rennt wie ein räudiger Hund. sondern eben wie ein unabhängiger Löwe. Um jetzt mal irgendwie im Tierreich nochmal zwei weitere Tiere, abgesehen vom V zu nennen. Wie schaffst du das mal lieber? Begebe dich auf den ersten Schritt dieser Reise. Und wenn du nicht weißt, wo du beginnen sollst, dann begib ihn doch einfach mal auf deinem Browser, wenn du www.flirtanalyse.de eingibst. Vielleicht kann da dein erster Schritt sein. Dort holst du dir nämlich deine kostenlose Flirt-Typ- Charisma-Analyse mit unserem Team, wo wir herausfinden, was sind deine Ziele? Wo hat es gehadert in der Vergangenheit? Wo sind deine Charisma-Potenziale, die du vielleicht noch gar nicht siehst, die du vielleicht aber auch noch gar nicht nutzt, obwohl du weißt, dass sie da sind, weil du aus irgendeinem Grund Angst hast, dass sie falsch rüberkommen könnten oder, oder, oder. Und wie du dann entlang der nächsten Monate, der nächsten 13 Wochen dieses Charisma aufbauen kannst, Stück für Stück, diese Gewohnheiten aufbauen kannst, ohne wie ein Verrückter auf tausend Frauen zuzugehen und zu sagen, alles aufs Nichts, ich setze alles auf Rot, sondern um diese Gewohnheiten der Fülle, der Unabhängigkeit und dann auch dieser Gebe-Mentalität zu kultivieren. Denn dann, mein Lieber, dann findest du auch die Frau, die sonst keiner kriegt, weil nur die Männer, die ausstrahlen, dass es ihnen gut geht, ziehen auch Frauen an, denen es mental gut geht. Verstehst du? Das ist der Grund, wieso auch so viele Videos im Internet zu finden sind mit Vorsicht vor diesen Frauen und dann geht es um Borderlinerinnen oder sowas. Weißt du, wieso ich zu diesem Thema, gerade vor kurzem hat ja Dominik auch wieder ein Video gemacht und er musste da über eine Erfahrung reden von einer Frau, die er vor Jahren kennengelernt hat. Weißt du, warum ich auch solche Videos einfach nicht mache? Weil ich diese Frauen nicht kennenlerne. Ich kann dir kein Content bieten, ich kann dir keine Tipps geben, wie du mit Borderlinerinnen umgehst, weil ich diese Frauen einfach nicht finde. Mein Radar hat sich so sehr eingenordet auf tolle Frauen, die es wert sind, mit ihnen Gespräche zu führen, die es wert sind, mit ihnen in einer Beziehung zu sein, mit denen ich auch allen in einer Beziehung sein würde, wenn ich nicht schon in einer glücklichen Beziehung wäre. das ist so viel schöner als diese Welt voller Angst und voller ich brauche unbedingt Ergebnisse und ich weiß, wie das ist. Wenn du ein erfolgreicher Unternehmer bist, dann bist du diese Gewohnheiten nun mal, ja, über Jahre hinweg hast du sie kultiviert, dass du Ergebnisse brauchst, Ergebnisse, Ergebnisse, quantifizierbare Zahlen und dann durch schwierige Zeiten auch einfach durchkommen und überleben und dann willst du eine Frau an deiner Seite, die auch irgendwie diesen Status repräsentiert. So, ich habe es geschafft. Guck mal, hier ist diese Topmodel. Aber dann guckst du halt auch auf die falschen Dinge. Das ist genau das Problem. Du achtest auf die falschen Dinge. Du kannst auch eine wunderschöne Frau finden, die ihr Herz am rechten Fleck hat und wenn du nach ihr suchst, dann suchst du nicht zuerst nach der hübschesten im Raum, sondern dann suchst du nach dem Herz am rechten Fleck. Du fängst so an zu suchen und dann kann sie auch wunderschön sein. Das kann der nächste Effekt sein, den du bei ihr siehst. Was ja für dich auch völlig okay sein darf. Du darfst ja natürlich eine Frau an deiner Seite haben, die du schön findest, die du sexy findest. Natürlich. Eben. Das ist ja dann nicht einfach so. Es ist entweder nur sie fühlt sich emotional gut an für mich oder sie ist hübsch. Es geht ja beides. Ja. Eben. Eben. Und darum, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, ob du jetzt der erfolgreiche Unternehmer bist oder Schichtdienstmitarbeiter. Das ist egal. Ob du Traktor, Laster fährst, Großgrundbesitzer bist oder in der IT-Branche tätig bist. Das Problem ist nicht da draußen. Es ist nicht, wo sind die tollen Frauen? Das Problem ist der ehrliche Blick in dich selber, den du dich wahrscheinlich noch nicht gewagt hast, wirklich zu machen. Der ehrliche Blick nach innen und zu sagen, wo muss ich denn aufräumen? Wo sind bei mir die Ängste, die ich nicht anpacken möchte, weil sie zu schwer anzupacken sind oder weil sie mir zu sehr aufzeigen, wo meine Schwächen sind, die ich nicht akzeptieren möchte und dann genau dort anzusetzen und zu sagen, Mann, ich muss jetzt mal mein Ego vor der Tür lassen und das Ganze in Frage stellen, ob ich wirklich der krasse Typ bin oder wirklich der schüchterne Typ bin, von dem ich gedacht habe, der ich bin. egal wie du von dir selber denkst, bist du das wirklich oder wie Bruce Lee sagt, sei Wasser, mein Freund. Aus dir kann noch so viel mehr werden. Aus dir kann das Meer werden, der Sturm werden. Aus dir kann so viel mehr werden als einfach nur diese Hülle an, diese Form an Wasser, von der du glaubst, dass du gerade bist. Ich bin nur dieser eine schüchterne Mann. Das ist exakt meine Definition oder ich bin nur dieser krasse Mann auf irgendwelchen sozialen Events. Dann kommen die ganzen Mädels zu mir, weil ich die ganze Zeit mit irgendwelchen krassen Typen abhänge. Du bist so viel mehr als das. Und um dahin zu kommen, musst du aber erstmal diese Definition loslassen und sagen, you know what, weißt du was, ich brauche jetzt kein direktes Resultat. Ich gebe meine Hände in den Prozess. Ich gebe mein nächstes Jahr, meine nächsten zwei Jahre, meine nächsten drei Jahre. Wenn du es alleine machst, dann wird es wahrscheinlich ein paar Jahre dauern. Und wenn du es mit uns machst, dann wird es deutlich weniger dauern. Und ich gebe dieser Zeit einfach einen neuen Namen. So, das ist das Kapitel Ich werde mich selber erfahren. Ich werde lernen. Ich werde Fortschritt machen. Und dann erkennst du, dass es nicht mehr um die einzelnen Ergebnisse geht, sondern um die Reise an sich. Wenn du anfängst, die Reise zu lieben, dann kommst du weiter als jeder, der das Ziel liebt. Derjenige, der nur das Ziel liebt, der wird direkt nach dem Ziel aufhören und vielleicht irgendwann entgleitet ihm auch das Ziel und dann ist er wieder frustriert. Derjenige, der die Reise liebt, der wird so viel weiter kommen. Und entlang dieser Reise auch die Frau kennenlernen, die ihn in seinem Leben auf dieser Reise begleiten möchte. So hat es bei mir geklappt. Ich habe es vor kurzem gepostet. Ich hatte vor kurzem mein Zehnjähriges mit meiner Verlobten. Wir haben uns vor zehn Jahren, 2014, kennengelernt. Und ich könnte nicht glücklicher sein, dass sie mich auf dieser Reise begleitet. Und ich begleite sie auf ihrer Reise. Und das ist so viel schöner, als irgendeine Trophy-Wife zu haben. Da habe ich kein Interesse daran. Und sie ist wirklich eine tolle, natürliche Frau. Sie macht Musik. Sie macht Kunst. Und ich bin super stolz auf sie. Und ich hoffe, dass du diese Frau, nicht sie, sondern eine Frau, die ebenfalls natürlich und die deine Werte verkörpert, ebenfalls findest. Wenn wir dir dabei helfen sollen, dann bitte komm auf www.flirtanalyse.de Findest du auch in der Beschreibung. Schick dich durch, schau dir das Video an und dann erfährst du, wie du mit uns in der Charisma-Analyse deinen Leitfaden ausarbeitest, um zu dem Mann zu werden, der die Frau auch bekommt, die du wirklich willst. Noch eine Ergänzung, Dominik? Wir könnten noch erwähnen, dass am kommenden Sonntag wieder unser Live-Coaching stattfindet. Ist es am diesem Sonntag, wenn die Folge released wird? Ich komme gerade nicht mehr genau hinterher. Aber am 30. März auf jeden Fall. Am 30. März ist unser nächstes Live-Coaching. 31. März. 31. März, entschuldigung. Korrekt. 31. März, genau. Korrekt. Genau. Am 31. März, komm rein, kostenlos, stell deine Fragen an uns, wir schauen uns direkt individuell deinen Fall an und dann kannst du ganz genau sehen, wie sich innerhalb auch schon in dieser kurzen Zeit dann deine Sicht auf die Dinge alleine schon verändern kann. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und ansonsten viel Erfolg, viel Spaß und fahr vorsichtig. War vorsichtig. War vorsichtig. War vorsichtig. sagen wir. Also wir können die schönen,